so jetzt wollen wir mal gucken was uns hier fehlt so min gemetzel unendliche verfeinerung wir machen es mal im multiplayer machen es einfach mal im multiplayer ich kann mir gut vorstellen dass das einfacher ist irgendwie so irgendwie so keine ahnung 2 mal feuer mit aufprall beschleuniger ist auf 2 gewechselt ok erstmal multiplayer wir gucken einfach mal wie es wird ob ich seine bälle auch machen kann glaube ich nur meine bälle spielen kann ich kann auch seine spielen das ist natürlich ziemlich nice jetzt habe ich keinen mehr ja ja Ich bin sehr stark, ich bin sehr stark. Ja, ich will nur was auch. punkte abreißen dass das meine ich also das ist halt das ist halt so ein ding das ist zu zweit deutlich einfacher finde ich kein reserveball gebraucht 12.000 das ist das also multiplayer ist einfacher es ist einfacher weil man direkt diese kombis hat also wenn er es machen wollte dann macht es ein multiplayer das ist ja in 10 sagt 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 auch alles direkt alles gemacht gut das war es vom ersten tag event mega interessant mega crazy auch ein bisschen verrückt aber mir gefällt es ganz gut mir gefällt diese art von art von event ziemlich gut hier kann man schon alles holen regenschirm staub was ist regenschirm staub keine ahnung holen wir uns einfach wenn ihr eh alles holen können ja cool macht auf jeden fall bock auf jeden fall spaß und ja wir sehen uns auf jeden fall morgen früh bei dem weiteren event danke fürs zuschauen danke für sie machen und wir sehen uns im nächsten stream in der nächsten folge wo auch immer ihr das seht haut da rein ciao